So, salam, meine Lieben, ich heiße euch wieder mal ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum neuen Video. Und zwar heute, zur Version 37.2, zum Jänner-Update in MCOC. Ich dachte mir, ich fange das jetzt auch an, das da ein bisschen down zu breaken und das mit euch durchzugehen. Ja, gibt nicht viel zu sagen, die sind gestern gedroppt, ich bin erst jetzt dazu gekommen. Ich hätte gedacht, wir sprechen einfach ein bisschen durch und gehen das Ganze Schritt für Schritt durch, weil, damit das gleich von weggenommen ist, Jänner sieht unglaublich aus. Also, ja, wirklich, wirklich, wirklich cool. Ähm, hier, äh, kleiner Table of Content, nicht Lothen X, auch hier, äh, Overture of Evil, das ist einfach nur, ähm, die monatliche Event-Quest, also, nichts Besonderes, halt, äh, Aegon, Hyperion, Horwath, Attack, bla, bla, bla. Dann haben wir hier, ähm, die Side-Quest, also generell, äh, vielleicht mache ich noch ein Video darüber, aber ich habe zumindest den Trailer nochmal hochgeladen. Baron Simo und eben, ähm, Absorbing Man sind die zwei neuen Champions, ja, für diesen Monat. Ähm, hier seht ihr es, Absorbing Man kommt 19. Jänner in die Arena und die Kristalle und Simo am 26. Schauen beide sehr, sehr gut aus, von den Intimationen, traumhaft. Simo schaut auch ganz gut aus, nichts Weltenbewegendes, was ich gesehen habe, aber ganz cool. Ähm, ja. So, dann haben wir hier mal das Erste, was schon mal ganz cool ist, ähm, einfach ein Extra-Event, unser Mojo's Choice. Ihr habt ja schon, ähm, den Stimmzettel bekommen, man kann abstimmen, äh, wöchentlich. Ähm, genau, wöchentlich, ähm, kann man abstimmen und eben, Mojo will gaseously allow you to fight the loser. Ähm, der, der dann am wenigsten Stimmen hat, wird quasi zu einem Boss gemacht, den man dann immer für die Woche bekämpfen kann und dafür Belohnungen bekommt. Ähm, finde ich sehr cool das System, vor allem fand ich die Profilbilder jetzt beim Abstimmen. Ich weiß nicht, ob es die jede Woche geben wird, aber ich fand die so unglaublich witzig. Also, finde ich, haben sie ganz cool gemacht. Also bin ich sehr gespannt, was auch die Belohnungen sind. Und auf jeden Fall diese Mojo-Crystal-Chart gibt's halt wieder, die Kavalier-Kristalle. Aber mal schauen, ob es sonst noch was dabei ist. Aber finde ich einfach cool, ein bisschen interaktiv. Dann hier ganz, ganz, ganz großer Punkt, ganz, ganz, ganz großer Punkt. Quest-Schwierigkeiten werden geupdatet. Schon im Jänner, also für die nächste Event-Quest und Side-Quest, die kommt. Nämlich gibt's jetzt endlich eine neue Stufe, und zwar permanent bleibt die jetzt. So wie diese, ähm, wie hieß denn das? Ich hab' vergessen, aber es gab ja schon mal die fünfte Stufe für die Event-Quest. Die haben sie ausprobiert im Monat. Und jetzt bleibt es, ähm, hier steht nur drin, dass sie es umbenannt haben. Nämlich in der Side-Quest, also in der monatlichen Side-Quest quasi, ähm, sind sie genannt Bedrohung Level 1 bis 5. Und, äh, Bedrohung Level 1 ist eben für, ähm, Spieler, die bewährten den Rang. Ich glaub, dass sie das Act 3 haben. Und, äh, Bedrohung Level 5 ist eben für die Paragon- und Thronebreaker-Spieler, ähm, göttlich. Und hier steht nur noch, äh, in der Event-Quest werden die Schwierigkeiten jetzt einfach nach dem Fortschritts-Level benannt. Das heißt, wenn sie für Paragon-Spieler, ähm, ausgezählt sind, dann heißt es einfach Paragon. Damit es halt ganz simpel und übersichtlich bleibt. Ähm, genial. Ich bin sehr gespannt auf die Belohnungen. Ich hoffe, dass da auch mehr Rang-4-Materialien drinnen sind. Was ich mir aber auch vorstellen kann, nachdem es jetzt schon Spieler gibt mit Rang-5-Champions. Oder ist es immer noch nur, ich weiß nicht, ob es jetzt schon mehrere Spieler gibt. Aber vor allem jetzt nach den Rank-Rewards gibt es ja garantiert einige Spieler mit, ähm, dementsprechenden Rang-5-Sex-Stern-Champions. Ähm, deshalb ist, glaub ich, jetzt so langsam der Punkt gekommen, wie man eh schon merkt, Rang-4 werden ja leichter und leichter. Also ich weiß nicht, wie lange ich für meinen ersten gebraucht hab, aber die, weiß nicht, die letzten zwei, drei gingen innerhalb von, ich glaub, weiß nicht, zwei Monaten oder so, wenn ich das jetzt sag, und halt, ich bin Free-to-Play-Spieler. Also das, äh, hoffe ich, hoffe ich, dass sowas drin ist. Aber bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. So, dann hier, zwei noch mal geniale Sachen. Endlich, ähm, sie haben es jetzt schon lange angeteasert, Eternity of Pain. Schmerz ist unendlich. Und gibt, äh, es gibt eben bald die neue Quest für, äh, Thronebreaker und höher. Nämlich eben, was sie mal angekündigt haben mit Eternity of Pain 5, aber in einem neuen Format. Und wie viele schon erraten haben, es sind einfach die 16 Kämpfe des letzten Eternity of Pain-Zykluses. Begonnen mit den ganzen Kämpfen, dann über Crossbones rüber zu, ähm, dem dritten Monat. Und die ganzen, das waren alles Nick Fury, Penny Parker, Skorpion, Terex. All eben, alle 16 Eternity of Pain-Bosse des letzten Jahres. Auf zwei Wegen aufgeteilt. Das heißt, ähm, es gibt wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern sicher, wenn sie es aufteilen, einen, ähm, Completion und Exploration, äh, Belohnung. Das heißt, einmal durch und auf 100%. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Wege getrennt nehmen kann. Wäre natürlich sehr gut, weil dann sind es acht Kämpfe und acht Kämpfe, was schon schwer genug ist. Und nicht 16 in einem. Ähm, ähm, ja, und Nameless Thanos ist dann eben der Endboss. Das sollte jetzt nichts allzu schweres sein. Dazu kommt, was ich überhaupt nicht gesehen habe, ähm, Carina's Challenges Vol. 3, was genial ist. Und das erhöht dann quasi nochmal die Schwierigkeit mit den Solo Objectives eben. Also, wie bei Alternative of Pain, ihr habt die Einzel, ähm, ich sag mal Einzelziele, diese Einzelquests, ich weiß nicht, ähm, schließe mit einem Hashtag Söldner Champion ab oder sonst was. Da, da bekommt ihr eben erhöhte Belohnungen, wie beim normalen Internity of Pain. Ähm, ja. Genial. Es kommt am 18. Jänner, steht hier. Und eben, ganz, ganz wichtig, dies ist eine permanente Quest. Ähm, also diese Quest, hier steht Permanent Challenges. Diese Quest ist nicht so wie allen anderen, Eternity of Pain, immer für eine Woche, für einen Monat. Dann braucht man bis zu den Ranked World warten. Es ist einfach eine Quest, die man abschließen kann für die Belohnungen. Man muss nicht warten, kriegt nichts zugeschickt, sondern einfach geht durch, schließt es ab, kriegt die Belohnung, geht nochmal durch. Oder in einem durch, kriegt die ganzen Belohnungen, fertig. Da kann man nochmal durchgehen, die Quest machen, kann das auch direkt machen, mit Karinas Challenges verbinden für noch bessere Belohnungen. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, was da die Belohnungen sind. Ähm, ja, wenn ihr, ich mach da noch ein Poll, wenn ihr wollt, dass ich das Cover mit Champion Empfehlungen, bla bla bla, äh, lasst mich wissen. Aber ich glaub, das mach ich sowieso. Ja, äh, genial, kommt eben am 18. Jänner, das ist jetzt von heute aus, sind das, äh, 10 Tage. Also gar nicht mehr so lang hin. Bin ich sehr gespannt. So, dann haben wir das nächste, geniale, ähm, Grandmasters Gauntlet kommt endlich zurück. Endlich. Ähm, war jetzt lange weg, weil es diese Bugs gab, dass manche Spieler mehrfach Belohnungen abstrauben konnten, weil das nicht zurückgesetzt wurde, bla bla bla. Ähm, es kommt eben am 11. Jänner wieder, also in drei Tagen. Ähm, aber sie haben es ein bisschen abgeändert, was sehr cool ist. Nämlich haben sie das, um das quasi fair zu machen für alle Spieler, haben sie es ermöglicht, dass man die Belohnungen mehrfach, bis zu dreimal, billig mein, bekommen kann. Und so haben sie das so gemacht, dass man, äh, jetzt Schlüssel bekommt, eben, und diese Schlüssel braucht man, um die Belohnungen quasi zu bekommen. Und diese Schlüssel, man bekommt eben bis zu drei, glaube ich, ähm, ähm, halt minus den Belohnungen, die man schon in der Vergangenheit eingesammelt hat. Also alle, die schon einmal durch sind, bekommen nur noch zwei, alle, die zweimal durch waren oder vielleicht sogar dreimal, bekommen nur noch einen oder gar keinen. Und halt welche, die noch nie drinnen waren, bekommen drei Stück. Ähm, oder halt für die Anzahl jetzt, die es dann wirklich sind, im Endeffekt. Aber, darum geht es hier, ähm, wie oft sie den schwierigsten Weg abgeschlossen haben. Das ist auch ganz wichtig, weil Spieler, die zum Beispiel nur die ersten drei Wege abgeschlossen hätten, und das vielleicht auch mehrfach, mit Belohnungen, würden trotzdem die vollen drei Schlüssel bekommen, weil es nur darum geht, wie oft man den schwersten Weg abgeschlossen hat. Ähm, und was hier auch sehr cool ist, sie haben die Schlüssel dann noch ans Ende vom Akt 6 hinzugefügt, so dass eben auch die zukünftigen Spieler, die jetzt, weil jetzt bekommt einfach jeder Spieler, der das Spiel aktiv spielt, diese Schlüssel zugeschickt auf seinen Account. Und in Zukunft können dann eben alle Spieler, die irgendwann mal in das Game starten und Akt 6 abschließend, diese Schlüssel bekommen und die Quest dann, ähm, machen. Äh, hier habe ich jetzt rausgesucht nochmal ganz kurz, ähm, die Quest Grandmaster's Gauntlet. Ähm, hier Weg 1, Doom, Teryx, Vision, Moldock, Spider-Ham. Hier Weg 2, Weg 3 und Weg 4 sind eben diese vier Wege. Ihr könnt immer, ihr müsst mindestens einen Weg abschließen, könnt aber auch nach jedem Weg quasi zum Boss, zum Nameless Phanus gehen und die Quest abschließen. Ähm, und hier haben wir die Belohnungen, einmal für Completion, das heißt für einmal Abschluss, bekommt man 6 Stern, 3, 1, 2, 3, 2, Gem Crystal, also klassenbedingt, 4 Tier 2 Alpha, 5.000 Sechs Stern Shards und 250.000 Gold. Ich muss ehrlich sagen, ähm, die Belohnungen sind mittlerweile sehr schwach, kommen wir später noch dazu, aber für den Aufwand, den es ist, so wie ihr bist mittlerweile, aber trotzdem, ihr seht, sieht es auch am 1. Juni 2021 quasi, wurde es so zum ersten Mal, ähm, angekündigt und dann war es da und im August wird es wieder angekündigt, dass es eben zurückkommt. Also da waren die Belohnungen natürlich viel besser, aber egal. Kiste 1 bekommt ihr, wenn ihr Weg 1 abschließt, also wenn ihr einmal abschließt, müsst ihr diese Kiste auch bekommen, weil man eben einen Weg mindestens abschließen muss. Nochmal hier, Rang 1, Rang 2, 6 Stern, aber allgemein für jede Klasse, Grau, 8 Tier 2 Alpha, 10.600 Shards, 500.000 Gold, also einfach das Doppelte vom Abschluss. Kiste 2, 25% T5CC, Selektor, ja, braucht man nicht mehr, aber okay, 3 Tier 5 Basic, 15.000, 6 Stern und 750.000 Gold, hier kommen jetzt die spannenderen Sachen, unter Anführungszeichen, ähm, ein bisschen weniger als ein halber Tier 3 Alpha, ein, ähm, T5CC Selektor, schon wieder, genau dasselbe, 25%, 6 Stern Nexus, das ist ganz nett, 1 Million Gold und Kiste 4 sind ein bisschen mehr als ein halber Tier 6 Basic, was ich schon wieder nicht verstehe von der Relation, warum es mehr als die Hälfte bei Tier 6 Basic ist und weniger als die Hälfte bei Tier 3 Alpha, aber bitte, so soll es sein. Ein ganzer T5CC Selektor, 50, 6 Stern Signature Stones, Generic, die sind Seku, die nehmen wir sehr, sehr gern, und 2 Millionen Gold. Also alles in allem, ähm, sind es 30.000 Sextein Shards, wenn ihr komplett durchgeht, äh, 3 Tier 5 Basic, 12 Tier 6 Alpha, ähm, 2,5, 4,5 Millionen Gold, die Sextein Signature Stones, die 2 Rank-Up Kristalle und Gems, und ziemlich, ähm, ca. 2 ganze T5CCs. Ist jetzt nicht weltenbewegend, aber ich glaube, mit den Champions, die wir mittlerweile haben, vor allem auch den Rängen, die sie mittlerweile zahlen können, sollte das eigentlich ziemlich machbar sein. Ähm, da mache ich auch noch eine Poll, äh, wenn ihr wollt, dass ich hier auch ein Video zumache mit Empfehlungen, für welchen Weg, welche Champions, etc., für welche Belohnungen, ähm, ähm, lasst mich wissen, dann kann ich mich da auch dran setzen, wenn es da kommt. Und das Coole ist eben hier, ähm, Grandmaster's Gauntlet kommt am 11. Jänner, das ist bereits in 3 Tagen, ähm, ja, genial, freue ich mich sehr drauf. So, dann nehmen wir noch ganz kurz die Updates, Iron Man Infinity War und Wiccan wurden geupdatet, ähm, solltet ihr die mittlerweile nicht mitbekommen haben, wurde schon lange angekündigt. Neue Relics, da mache ich noch ein separates Video dazu, die sind alle drei sehr vielversprechend, meiner Meinung nach, sehr vielversprechend. Hier auch genial, einfach so ein kleines Ding, aber sehr cool. Jetzt kommt ein neuer Hintergrund, und zwar eben von Hasenstadt, das ist die Heimat von, ähm, Purgatory und Guillotine. Ähm, ja, Queen Hasen, Liederin von Languria und Trägerin des Fleurs du Mal. Ähm, ähm, kommt eben in Eternity of Pain Acceptance, kommt das jetzt zum ersten Mal, damit wir es uns anschauen können. Bin ich ja mal sehr gespannt darauf. Es sollte ziemlich, ziemlich cool ausschauen. Hier das letzte, sehr coole, sagen wir mal, das Choice kommt wieder zurück, das Ehrliche. Ähm, da kann ich auch noch ein Video dazu machen, wenn ihr wollt, da müsst ihr mir Bescheid geben. Gibt die Auswahl von 8 Champions, die wir eben schon wissen, von, um, die quasi die Community wieder auswählen kann, welcher davon ins Spiel kommt, so wie bei Hercules. Ähm, ja, auch, auch sehr cool, immer Interaktionen, nice. Ähm, hier noch Bugfixes und Improvements, ja, das könnt ihr euch eh selber durchschauen, da brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Einzige, sehr, sehr coole Hit-Me-A-Dairy-Knoten von Battlegrounds. War ja bis jetzt so, ähm, dass es auf 10, der Count auf 10 geblieben ist, wenn man den Armour-Up quasi nicht getriggert hat. Das heißt, mit der Neutralisation von Rinturr zum Beispiel und Tigra, war es immer auf 10. Das heißt, man musste permanent diesen, diese Neutralisation aufrechterhalten. Sobald man die einmal niedergelassen hat und den Gegner da wieder treffen musste für diesen Neutralisations-Debuff, wurde der Armour-Up getriggert und dann hat es das Ganze, also verloren quasi. Und jetzt, endlich, sehr cool, wird dieser Timer resettet ab 10 Charges eben, egal ob er ausgelöst wird oder nicht. Das heißt, wenn man das richtig timet, ihn auslöscht und dann quasi wird er, wird er Charged zurückgesetzt auf 2. Das heißt, wenn man dann mal ein bisschen Abstand braucht, damit man die Superkraft ausweichen kann, das Neutralisieren läuft ab, dann hat man immer noch wieder 8 Treffer oder sonst was, um das wieder drauf zu bringen. Das soll es ein bisschen, bisschen spielbarer machen, vor allem für die ganzen Neutralisations-Champions, Wiccan, Rinturr, Tigra, wer mir sonst auch noch einfällt. Ja, das sind die Updates von Jänner. Also, endlich mal Jänner, nicht der Monat, wo nichts los ist außer Side- und Event-Quest, weil nach Weihnachten, Gifting-Event immer Ruhe, 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 endlich mal was los und zwar richtig viel gleich. Also ja, wenn es noch Fragen gibt oder Vorschläge, sonstiges, lasst es mich unten wissen. Sonst wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin sehr hyped auf Jänner, ich hoffe, ihr seid es auch. Kommt einiges Cooles auf uns zu. Und ja, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Wunderschönen Tag noch.